Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schauen mal rein Leute, XRP heute bei 1,10$, denn Bitcoin, ihr seht es hier schon, bei 63.800, wir waren gestern schon bei 64.000. Wir haben also schon das Alltime High erreicht. Endlich, ich habe es lange lange gecallt, beziehungsweise gehofft, so in den Videos. Also könnt ihr ja mal skippen, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, yo, ich freue mich darauf, wenn Bitcoin jetzt hoffentlich mal diesen Monat das Alltime High bricht. Wir dürfen aber bei der ganzen Euphorie, die da jetzt im Markt herrscht, leider nicht vergessen, dass auch historisch gesehen immer der Oktober ein Monat war, in dem wir typischerweise eher Crashes hatten. Deswegen, dass für mich immer noch so ein bisschen so eine Art Giftier-Köder sein könnte. Deswegen, ich traue dem Braten noch nicht so ganz, aber trotzdem schauen wir heute einmal rein in die neuen News. Von Cryptomaniac kommt heute der erste Tweet und wir haben hier einmal noch eine weitere technische Analyse von ihm. Er schreibt hier, XRP bewegt sich weiterhin näher und näher an den Rand dieses ultimativen Hyper-Bullish-Moves. Da sehen wir hier einmal die technische Analyse und diesen ganzen Tunnel, den er hier aufgemalt hat. Beginnt hier damals bei 2014, ich meine, da war es natürlich noch crazy. Da war hier der Preis bei 0,3 Cent. Das ist ja utopisch heutzutage. Aber wir sind, wie ihr alle wisst, jetzt gerade hier ungefähr so in diesem Bereich. 1,10 Dollar, 1,11 Dollar. Und er sieht hier auf jeden Fall diesen Hyper-Bullish-Move. Was sagt er hier? 39 Dollar ist auf jeden Fall drin aus seiner Sicht. Bin ich mal gespannt, ob sich das bewahrheiten wird. Dann wäre das 40.000 Prozent von hier aus. Dann geht es weiter von Matatec XRP und er hat hier, wie soll es anders sein, eine neue Partnerschaft von Ripple hier wieder aufgedeckt. Beziehungsweise nicht aufgedeckt, aber einmal hier gefeatured. Ein Artikel von You Today. Und ich meine, mittlerweile ist es echt schon auch ein Meme geworden, auch unter den Leuten in der Telegram-Gruppe und so weiter, dass einfach so oft neue Partnerschaften dazukommen. Also Leute, ganz ehrlich, ich sage mal, ich kann ja eigentlich jeden Tag hier sagen, yo, wir haben wieder den neuen Partner und den neuen Partner. Jetzt haben wir hier die National Bank of Canada. Da haben wir hier einmal den ganzen Artikel dazu, natürlich auf Deutsch für euch. Aber ja, ich glaube, ihr wisst selbst, wie lustig das ist. Wir haben hier ein weiteres Pilotprojekt, große kanadische Banken. Also weitere Partnerschaften werden geschlossen und der Preis bleibt weiterhin so unten. Es ist unfassbar. Also imagine irgendein anderer Coin hätte so viele Partnerschaften. Die Community wäre unfassbar, weil alle Member immer sagen würden, wir haben so viele Partner. Nur bei XRP ist es wieder der Hate und diese neuen Partnerschaften werden gar nicht gewürdigt. Aber ich weiß, dass ihr sie würdigt. Deswegen feature ich das Ganze hier. Dann kommt der nächste Tweet von The Light Shines in the Darkness. Er schreibt hier, das ganze Geld für XRP, also hier in Frankreich, sage ich mal, französische Regierung, in den Zentralbanken bzw. den Central Bank Digital Currencies mit Blockchain-Technologie. Endergebnis, der Test war erfolgreich. Da haben wir hier mal einen Ausschnitt aus dem Inside Report von Oktober 2021. Hier und hier. Kann ich leider nicht übersetzen, weil es Bilder sind, aber trotzdem kann man das Ganze einmal durchlesen. Also auch an der anderen Front nach Frankreich, sage ich mal, wird gut Welle gemacht. Und wir haben hier verschiedenste Tests, die alle erfolgreich waren. Von daher, das Netzwerk breitet sich immer weiter aus. Es ist unfassbar. Dann haben wir den Tech-Dev heute 2021 Bitcoin. Genau dasselbe Muster wie 2013. Wenn man es jetzt im Großen und Ganzen betrachtet, es könnte nicht klarer sein. Da haben wir hier einmal 2013, High im April. Dann geht es runter, der Juli-Bounce und dann der Oktober-Breakout hier nach oben. Und das Ganze sieht ihr hier auch. Das heißt, wir haben hier einmal das April-High. Dann geht es weiter zum Juli-Bounce, kleiner Bounce. Und dann ist es hier der Oktober-Breakout. Und er prognostiziert hier 215.000. Sehr, sehr krasse Spekulation. Aber natürlich wäre der Markt dann auch deutlich, deutlich größer, wenn wir Bitcoin bei 215.000 hätten. Sehr, sehr stark. Dann geht es noch weiter von Rev of Caneman. Er hat hier einmal den Partner von Ripple, die Local Payments, rausgesucht. Und hier gibt es einen kleinen Artikel darüber, dass sie jetzt eine IPO, also Initial Public Offering, machen wollen. Unter anderem machen sie Geschäfte mit Amazon, Microsoft, Spotify und vielen anderen. Da haben wir hier einmal einen kleinen Artikel dazu. Sie bereiten sich auf die Veröffentlichung vor. Und die nutzen eben den Ripple-Client. Sehr, sehr nice. Also auch kleinere Partner von Ripple gehen damit live. Das ist super, super nice. Dann haben wir noch einen Artikel von Ripple selbst. Sie schreiben hier, CBDCs sind jetzt wichtiger denn je. Da haben sie hier einen Artikel von businesstimes.org geteilt. Und da geht es darum, dass wir, wie sie hier schreiben, auf dem Weg zu einer Ära grenzüberschreitender CBDCs. Also, dass man Zahlungen über Grenzen hinausschieben kann. Und CBDCs sind eben diese Central Bank Digital Currencies. Also, da in der Form können dann Zahlungen von hier über Grenzen, also überall in die Welt hinaus getätigt werden. Und das ist natürlich das Endziel, die ganze Welt miteinander zu vernetzen. Und da haben wir hier den passenden Artikel dazu, den Ripple eben auch selbst geteilt hat. Dann geht es weiter vom BitBoy Crypto. Hatten wir auch länger nicht mehr in den Videos hier. Er schreibt hier, XRP wird immer mehr Bullish. Da haben wir ein kleines Video dazu. XRP will catch up with Bitcoin and Ethereum to make a new all-time high at $5. How are future XRP price levels determined if they've never traded those price levels before? And here's some different, some different kinds of indicators that he uses for this. We got a GAN line, we got a Fibonacci, we got a major octave, we have a GAN square, we have another Fibonacci. And all of these are putting it in the $5 price range. Also er zielt kurzfristig auf 5 Dollar ab, sehr interessant. Dann haben wir einen Artikel, den Bank XRP gepostet hat. Der Ripple CEO Brad Garlinghouse, ihr kennt ihn alle, sagt, es ist ein Witz, dass manche immer noch glauben, dass die SEC Crypto als Ganzes nicht beschädigt, beziehungsweise dem Ganzen nicht gut tut. Dann haben wir noch Fojack mit ein paar Mr.Pool Drops und Riddles. Mr.Pool hatte nämlich zuletzt hier dieses Video gepostet. Ich glaube daran erinnert ihr euch noch aus dem letzten Video. Und dann haben wir hier einmal diesen Timeframe von Fojack gescreenshottet. Und hier haben wir dann einmal das Original Video dazu. Also hier kann man es einmal in ganzer Pracht sehen, ohne diesen Verzerrungseffekt. Dann geht es weiter von Uphold. Ich meine mittlerweile ist das auch ein Meme, dass die ja immer Tweets über XRP schreiben und immer sagen, Ja, was wäre, wenn XRP jetzt auf einmal 1.000 Dollar wäre oder 10.000 Dollar wäre. Und die chillen immer XRP extrem auf ihrem Twitter-Account. Und jetzt geht es noch weiter. Sie schreiben hier, endet den Satz, in 5 Jahren wird XRP bei... sein. Und dann schreibt AK47Monster darunter 10.000 plus. Und Uphold fragt darunter, was würdest du denn als erstes machen, wenn XRP auf diesem Preis wäre. Und genau diesen Tweet haben sie schon mal als normalen Tweet veröffentlicht damals. Und gefragt, XRP ist bei 1.000 Dollar, was würdet ihr tun? Also die machen das schon häufig oder fast schon zu häufig mit XRP. Dann geht es noch weiter von YouToday. Sie schreiben hier einmal, der CEO Brad Garlinghouse verweist darauf, dass XRP 100.000 Mal effizienter als Bitcoin ist. Da haben wir einen Artikel. Hier noch einmal auf Deutsch den ganzen Artikel. Dann geht es noch weiter von TheWholeBedictXRP. Er schreibt hier, Ripple-Kunde Bcash. Business Standard, ein weiterer Partner oder ein weiterer Kunde vielmehr. Hier gibt es The Business Standard News, Jamuna Bank, Bcash. Dann geht es noch weiter von TheRef of Cayman. Er hat noch einen Artikel von American Banker. Darin heißt es, Banken nehmen einen großen Schritt in Richtung Tests von Cross-Border-Payments und erwähnen weiterhin Ripple als SWIFT-Herausforderer. Da haben wir hier Ripple, SWIFT in einem Artikel genannt. Also auch weiterhin in den Medien akzeptiert. Hier der Link. Dann haben wir noch ein paar Fun-Tweets. Hier einmal von Elon Musk. Ein kleines Häschen, der so eine Rakete in der Hand hält. Cryptomaniac hat dazu geschrieben, dieses kleine Häschen mit XRP-Bag hier in den Händen. Und der letzte Tweet für heute kommt von Johnny Lawrence. Er schreibt hier, was ist der Unterschied zwischen Ripple und XRP? Zum Abschluss braucht eine Partei nur 3-5 Sekunden, während die andere mehrere Jahre braucht. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen um 18 Uhr wieder bei frischen neuen XRP-News. Bis dahin, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Haut rein Leute. Ciao. Ciao.